Hallihallo, Hallöle! Herzlich Willkommen zu einer neuen Legung. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Im Vorwege schon mal vielen Dank für dein Abo, für dein Like und für deinen Kommentar. Das freut mich wirklich sehr. Ja, lass uns mal gucken, was hier die geistige Welt zu berichten hat, was es hier Schönes zu erzählen gibt und ich bin schon sehr gespannt. Du weißt ja, dass es eine allgemeine Legung ist, das heißt, du kannst damit in Resonanz gehen, muss es aber nicht unbedingt. Schau einfach mal, ob es für dich passend und stimmig ist und passe es jeweils auf deine eigene Situation an und um. Es kann aber auch sein, dass du überhaupt gar nicht damit in Resonanz gehst, dann mach diese Legung auch nicht zu deiner eigenen, dann ist sie für wen anders bestimmt und es kann auch sein, dass nur gewisse Teilbereiche für dich hier stimmig sind, dann ist das auch schon in dem Moment für dich dienlich und ausreichend. Es kann aber auch sein, dass du dich in der gegenüberliegenden Rolle wiederfindest, also sprich, die Rollen vertauscht sind. Gut, haben wir geklärt. Wunderbar. Lass uns mal schauen, was man hier heute mitteilen möchte, was die geistige Welt für eine Botschaft hat. Bin schon gespannt. So, was haben wir denn heute hier Schönes? Welches Phänomen darf denn heute hier auf den Tisch, lieber lichter Welt? Aha. Wir starten mit den Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe. Aha, oh, oh, oh. Aha, aha, aha. Ja, da bist du als Königin der Schwere. Nee, da sind zwei Frauen. So, ja, hier buhlen wohl zwei Frauen um die Gunst eines Herren. Und dieser Herr ist diesen beiden Damen hier überhaupt nicht gewachsen. Überhaupt mal so gar nicht. Als Ritter der Stäbe steht er unter diesen beiden Königinnen, die hier ausliegen. Eine Königin, das ist die Schwertkönigin, das könnte hier eine Ex-Partnerin sein und die Königin der Münzen, das bist du. Du bist hier vollkommen in deiner Mitte, du bist hier vollkommen in deinem eigenen Wert. Du hast schon sehr schwere Verletzungen erlitten in der Vergangenheit. Du hast vielleicht immer noch einen gewissen Herzschmerz, den du aber gerade dabei bist, aufzuarbeiten und zu heilen. Das sehe ich. Aber dabei hast du hier irgendwie deinen eigenen, ganz besonderen Wert nie vergessen. Überhaupt so gar nicht. Du bist irgendwie voll im Einklang. Du lässt dich hier nicht aus der Ruhe bringen und schon gar nicht von einer Schwertkönigin, die hier austeilt. Und jetzt geht es hier irgendwie darum. Oh je, oh je. Jetzt geht es hier irgendwie darum, eine alte Angelegenheit zu verlassen, um etwas Neues beginnen zu können. Aber das ist hier nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Weil hier ist noch eine Angelegenheit, in der man festhält. So. Jetzt möchte ich doch mal gerne wissen, was das hier für eine Angelegenheit ist, die man hier festhält. Also diese Schwertkönigin scheint hier mit wem, also mit dem Ritter der Stäbe, beziehungsweise mit dem Ritter der Donnerlunden, hier irgendwie noch zusammen zu sein oder eben auch nicht. Aber ich habe keine Ahnung, was das hier mit diesen beiden Herrschaften ist. Aber dich tankiert das Ganze hier so gar nicht. Weil du bist in deiner Mitte, du hältst daran fest, aber du gehst hier auch irgendwie nicht weg. Du kannst hier auch gar nicht weggehen. Irgendwie seid ihr beide hier präsent. Okay, lass uns mal weiterschauen. Ja. Hä? Ach, die Federkälche. Ich habe das gerade verwechselt mit den Federmünzen. Na, ist egal. Trotzdem nehmen hier die Federmünzen aus. Ja, man hält hier. Ich glaube, hier musste jemand gehen. Wahrscheinlich bist du das. Weil man dir hier keine Chance gegeben hat. Weil man in dir keine Chance gesehen hat. Weil man hier auch irgendwie deinen Wert nicht gesehen hat. Also man hat hier irgendwie gar nichts in dir gesehen. Irgendwie so eine Leere. Eine Leere, die man hier nicht auffüllen kann. Und dadurch hat dich hier jemand nicht als Potenzial erkennen können. Und auch nicht deinen Wert, der dahinter steckt. Das hat dich hier irgendwie traurig gemacht. Dich hat das traurig gemacht. Das kann sein, dass das eine Person ist, die du schon aus der Vergangenheit kennst, mit der du hier schon seit einer längeren Zeit zu tun hast. Und nun geht es darum, diese Vergangenheit mit dieser männlichen Person, mit dem Stab Ritter loszulassen. Weil du dir ja auch selber sagst, ja, der ist irgendwie hier nicht weiterentwickelt. Der kommt irgendwie nicht voran. Der ist irgendwie immer noch in seiner eigenen Energie gefangen. Und würde immer und immer wieder so weitermachen. Und das gibst du dir hier einfach nicht. Weil du dir hier auch einfach mehr wert bist. Du bist dir mehr wert. Es scheinen Gefühle hier im Spiel zu sein, ja. Und auch wenn die nur ganz minimal sind, das macht nichts. Gefühle sind auf jeden Fall hier irgendwie vorhanden. Und du wirst hier jetzt eine Entscheidung treffen für dich selber. Und zwar wirst du deinen eigenen Weg gehen. Du wirst aufbrechen. Und dieser Aufbruch, an den hältst du hier auch fest. Du willst es aber auch wirklich. Du erinnerst dich immer und immer wieder zurück an das, was ihr hattet. An das, was war. An die schönen Zeiten, an die Treffen, an die Gespräche. Ja, vielleicht wart ihr auch zusammen hier im Urlaub, irgendwo am Strand, am Wasser. Vielleicht wart ihr auch wirklich mal surfen zusammen. Kann ja möglich sein. Habtet hier einfach gemeinsame Zeit, gemeinsame Urlaube gehabt. Und diese Erinnerung lässt du jetzt hinter dir. Das lässt du hier jetzt alles hinter dir, weil du einfach weißt, da ist kein Vorankommen. Da ist kein... Ja, es geht hier einfach nicht weiter. Ne? Und wenn dann hier noch wirklich noch eine andere Dame mit im Spiel ist, die hier irgendwie sich verteidigt und sagt, das hier ist mein Hoshi, den hast du in Ruhe zu lassen. Ja, was sollst du denn da machen? Ne? Du bist fein mit dir. Also du hast deinen Wert. Du gehst hier weiter, weil du dir sagst, auf so einem Niveau lasse ich mich hier einfach nicht herab. Und du schaust dich auch schon um nach anderen Möglichkeiten und Chancen, um hier selber in ein erfülltes Leben, in eine erfüllende Zukunft gehen zu können. Aha. Hier zeigt er sich jetzt als Herrscher. Dein Gegenüber zeigt sich hier jetzt als Herrscher. Ja, der hat sich hier was vorgemacht. Der hat sich selbst verarscht, tatsächlich. Na, der hat gedacht, ach, je mehr Frauen man hier um sich herum hat, desto besser ist es, desto schöner ist es, desto mehr komme ich dadurch in meinen eigenen Wert, in meinen eigenen Selbstwert. Also hier ist ein Herrscher in der Ritterenergie, der sagt, ja, du pass mal auf, ich hatte hier viele Frauen immer um mich herum gehabt, das war geil, ich fühlte mich dadurch bestätigt. Viele schöne, willige Frauen. Dadurch fühlte er sich bestätigt, ist in seiner Manneskraft wohl angekommen oder hat sich dadurch als Mann gefühlt. Was er dabei aber total vergessen hat, ist, dass er sich hier nur selber verarscht hat, weil er in dieser Denkweise war. Da war wirklich in dieser Denkweise, je mehr Frauen ich hier an Land ziehen kann, desto geiler kann ich mich fühlen, desto besser kann ich mich fühlen. Da bin ich hier voll der Player, ich bin hier voll der Macho, ich bin hier voll der Pascha, was weiß ich. Hier einfach so als Herrscher zu sitzen und zu sagen, je mehr Weiber mir hier hinterherlaufen, ja, dann habe ich doch ein Ansehen. Ich bin was, ich kann was, ich weiß was. Und das sieht man ja, wenn mir hier die Frauen reihenweise nachlaufen. Nun hat er aber erkannt, dass das hier die falsche Einstellung war und hat sich dabei ertappt, wie er sich hier im Grunde genommen eigentlich nur selbst verarscht hat. Der hat sich hier nur selber verarscht. Und dadurch, dass er sich hier selbst verarscht hat und die Erkenntnis durchgekommen ist, hat er auch verstanden, dass es nicht das ist, was er will, dass es eigentlich nicht das ist, was ihn hier wirklich in die Fülle bringt. Das ist es nicht. Diese ganze Weiberei, die er hier am Laufen hat, das ist nicht das, was ihn erfüllt. Und das hat er erkannt. Hat auch erkannt, dass er dadurch im Mangel war, also dass das alles aus dem Mangel heraus entstanden ist und nicht aus seinem eigenen Herzen. Ja, da hat sich hier schön was eingeredet, das nicht der Wahrheit entsprach, ne? Da hat sich hier selbst belogen, selbst verarscht, selbst Sabotage und auch selbst boykottiert. Naja, dachte, er ist denn so in dieser Energie hier, ne? Vier der Stäbe und die Zehn der Münzen. Ja, geile Zeit mit den Weibern hier, ne? Ja. Aber irgendwann ist er dann mal in die Erkenntnis gekommen, dass er innerlich komplett leer ist. Der ist leer. Der denkt sehr viel an dich. Der denkt ganz viel nach. Er denkt, ähm, ja genau, die fünfte Stäbe, das ist sehr präsent hier, ne? Ja, der denkt sehr viel an dich, was du jetzt gerade so machst, was du tust, was du treibst, ähm, ob du schon erfolgreich jetzt bist, hast du hier wen anders. Also er ist in einer festen Meinung und auch in dieser Energie, da sind mehrere Bewerber oder mehrere Männer, die dir den Hof machen, die dir die Aufbauung geben. Und da ist er sich ziemlich sicher, ja? Und dass du hier auch wirklich die Chancen nutzt, um hier auch andere kennenzulernen. Ja, warum solltest du es auch nicht nutzen? Das steht dir ja natürlich auch zu. Und denkt aber auch zeitgleich daran, wie es mit dir hier eigentlich wäre. Wie wäre es denn eigentlich mit dir, wenn man hier mit dir irgendwie zusammen einen Erfolg erzielen könnte? Wenn man mit dir zusammen ein Ziel verfolgt, eine Gerade hat, eine gerade Komponente, einen geraden Weg, den man zusammen beschreiten kann, was wäre dann? Was wäre, wenn man sich hier für dich entschieden hätte? Weißt du? Was wäre denn, wenn man sich hier für dich entschieden hätte? Was könnte dann sein? Er macht sich hier echt Sorgen, er zerbricht sich hier den Schädel förmlich, weil er hier auch die Chance nicht erkannt hat, die hinter dir stand oder in dir stand. Das hat er nicht gesehen. Das hat er wirklich nicht gesehen. Ich nehme ihn jetzt hier nicht in Schutz, aber er hat es einfach nicht gesehen. Und jetzt hinterfragt er sich das Ganze hier einfach, so das Ganze mit dir hier auch. Was wäre, wenn? Er hinterfragt sich das wirklich. Was wäre, wenn? Denk darüber nach, was du jetzt so machen könntest, was du so treibst. Er denkt aber auch hier daran nach, hier irgendwie wieder was in den Fluss zu bringen, was dich betrifft. Ja, also er möchte hier die Chance nutzen, um mit dir hier nochmal ein Gespräch zu führen. Ja, und er möchte sich ja aber auch irgendwie zeitgleich durchsetzen, auf sich aufmerksam machen. Guck mal hier, fünfter Stäbe. Er denkt, dass du hier wirklich mehrere Eisen im Feuer hast. Ja, warum solltest du es auch nicht tun? Du bist hier gerade als Herrscherin erschienen. Natürlich hast du mehrere Eisen im Feuer. Steht dir ja auch zu. Hat er ja auch. Und er ist das hier. Er ist der hier ganz oben. Und er möchte hier die Chance, diese lodernde Flamme ergreifen, um auf dich zuzugehen, um hier irgendwie aus der Versenkung wieder aufzutauchen. Er möchte dir hier irgendwie ein klares Signal aussenden, dass er dir hier sagt, hey, ich bin's. Ich bin es. Irgendwie so ganz kurios, ganz dubios, auch sehr subtil. Und das ist das, was er hier auch irgendwie versucht zu manifestieren. Er versucht, das hier irgendwie zu steuern, zu beeinflussen, sodass du auf ihn aufmerksam wirst. Also hier geht jemand auch irgendwie ziemlich taktisch. und sehr logisch vor, um hier irgendwie deine Aufmerksamkeit zu erregen. Er meint es aber nicht böse hier. Also er hat wirklich gute Absichten und ernste Absichten, denn er möchte hier wieder etwas in den Fluss bringen, in die Harmonie, ins Gleichgewicht. Weil etwas war ja bei euch beiden ein Einschreiben nach im Ungleichgewicht. Und hier soll jetzt irgendwie ein Erfolg rein, sofern du das hier überhaupt möchtest. Sofern du das hier überhaupt möchtest. Also, dein Gegenüber. Macht auf sich aufmerksam. Denkt über dich nach. Was machst du so? Was treibst du so? Hast du hier mehrere Umwerber in deinem Umfeld? Gibt es da jemanden? Und zeitgleich denkt er dann aber auch darüber nach, ja, was wäre gewesen, wenn? Wenn man dir die Chance gegeben hätte. Wie wäre es dann gekommen? Ja, das weiß man nicht, ne? Ja, und dann geht man hier irgendwie einen ziemlich guten Plan. Also hier ist echt jemand sehr gewitzt. Sehr, sehr gewitzt. Und klügelt hier schon Plan aus, wie man hier deine Aufmerksamkeit erregen kann. Wie man auf sich aufmerksam machen kann. Okay. Ja, also er glaubt hier aber auch, das Ganze hier sei mit dir auch irgendwie schicksalhaft gesteuert. Also dich schickt der Himmel. Ihn schickt der Himmel, was auch immer. Und dass ihr irgendwie eine spirituelle Verbindung miteinander habt, weil anders kann er sich das hier aber auch nicht erklären. Kann er sich überhaupt nicht erklären. Er will jetzt hier wieder in die Leichtigkeit kommen oder möchte in die Leichtigkeit kommen. Also es soll hier gar nicht mehr so schwer sein, so schwer werden. Also ich glaube, hier ist so ein Ritter der Stäbe, der Potenzial hat, sich zu verändern und sich auch verändern möchte. Das ist hier jetzt wirklich überhaupt nicht negativ zu deuten. Gar nicht. Ich habe hier echt eine Transformation. Jemand transformiert sich hier. Oder hat sich schon transformiert? Ich weiß es nicht. Und hat hier wirklich feste und gute Absichten. Das ist so, als hätte man dieses Single-Leben, dieses, was man da hatte, diese viele schöne Frauen und feiern gehen und Spaß haben und hier ein bisschen pimpern, da ein bisschen die Korken knallen lassen, hier mal eine Flasche Korn picheln, weißt du, wie ich meine? Das lässt man jetzt hier irgendwie hinter sich. Weil man irgendwie, ja, das hat auch irgendwie ein Stück weit mit dir zu tun, dass du hier jemanden dazu anregst, sich tatsächlich irgendwie zu verändern oder zumindest mal darüber nachzudenken. Denn er sagt hier klipp und klar, ihr habt hier irgendeine spirituelle Verbindung miteinander. Und das Rad des Schicksals liegt hier auch aus. Es ist ein Rad des Schicksals unter Stern. Ja, das ist hier schon eine hammerkrasse Kombination mit den beiden Karten. Und es steht hier definitiv für eine spirituelle Bedeutung, aber für eine spirituelle Verbindung hier zwischen euch beiden. Darüber macht er sich jetzt hier einen Kopf. Darüber denkt er nach. Und er beliebt sich auch. Er macht sich schlau. Er hinterfragt das Ganze. Kann das wirklich sein? Kann das wirklich sein? Geht hier in sich? Geht hier in sich der König der Kelche? Er erscheint jetzt hier als Kelchkönig. Der ist sehr spirituell. Und über ihn liegt auch noch der Stern. Also ich glaube, hier ist jemand selber, der irgendwie die Anbindung nach oben sucht, um Antworten zu bekommen auf diese Fragen, die man hier hat. Was dich betrifft, was ihn betrifft, was eure Verbindung einfach miteinander betrifft. Und hier liegt auch irgendwie eine Wunscherfüllung drin. Hier liegt eine Wunscherfüllung drin. Man möchte etwas haben, aber irgendwie scheint er sich hier noch so ein bisschen auszugrenzen, weil er hier noch nicht so wirklich diese ganzen Fragen und Antworten hat. Also es geht mehr so um die Antworten. Die Fragen hat er alle im Kopf. Die sammelt er gerade. Er sammelt hier wirklich gerade mega viel spirituelles Wissen, um dieses Wissen auch irgendwie anzuwenden. Und ist hier dadurch jetzt noch so ein bisschen ausgegrenzt, das macht aber nichts, weil das hat hier auch mit einer Lernaufgabe zu tun. Ich glaube, seine Lernaufgabe besteht darin, sich mit eurer Verbindung auseinanderzusetzen, aber nicht nur mit eurer Verbindung. Es geht hier auch wirklich um das Thema Spiritualität und Medialität. Ich glaube, es ist jemand, der hat selber gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass er hier auch mediale Fähigkeiten hat. Damit setzt er sich jetzt hier auseinander. Kann das sein? Nein, weil so wie es scheint, scheint er hier echt Dinge erlebt zu haben, die hier einfach bei ihm mal so eben den Kopf sprengen. Also das kann er sich nicht erklären. Und jetzt versucht er hier irgendwie, Antworten zu bekommen auf diese Fragen. Die sammelt er jetzt gerade. Sehr interessant. Krass. Ja, naja, der hat sich ausgegrenzt, der hat sich eine lange Zeit ausgegrenzt. Weißt du, ich glaube, er hat sich hier eine lange Zeit zurückgehalten, weil er der Meinung war, dass du hier wieder auf ihn zugehst, auf ihn zukommst. Hier erscheint er jetzt als König der Münzen. Das ist ein Pascha, der macht nichts. Der ist eher passiv und hat hier eine lange Zeit ins Land vergehen lassen, bis hier überhaupt mal irgendwas passiert. Denn er wollte sich hier auch, also er wollte sich nicht melden, weil er dachte, du kommst an. Irgendwann hat er da mal gemerkt, ey, hey, sie schreibt mir ja gar nicht. Ja, woran liegt denn das hier jetzt eigentlich? Woran liegt, dass sie mir hier jetzt nicht schreibt? Das kann doch nicht sein. Ne? Das kann ja hier nicht sein. Und hat das Ganze dann angefangen zu hinterfragen. Wieso hier irgendwie keine Kommunikation deinerseits mal reingekommen ist. Irgendwie scheint er hier irgendwas nicht verstanden zu haben. Und kommt jetzt aber irgendwie so in diese Energie. Das kann ja aber wirklich in der Vergangenheit schon sein. Ich glaube, das ist jetzt hier so ein Stück Vergangenheit, die hier gerade nochmal so durchkommt. Dass er hier wirklich in der Vergangenheit dachte, warum soll ich mich dann melden? Immer kam sie ja hier an. Ich glaube, ich glaube auch, dass es damit was zu tun hatte, warum er sich nicht gemeldet hat, war, dass er hier auch nicht so wirklich wusste, was ist mit dir hier eigentlich? Was ist denn mit dir hier eigentlich? Kannst du dir hier denn nochmal was vorstellen, dass es hier irgendwie noch weitergeht? Ja? Oder hast du jetzt hier sozusagen diese neuen Kirche, die ihr hier miteinander hattet? Schmeißt du die jetzt wirklich in die Luft, um dich davon zu befreien und zu sagen, komm mal, was wolle, sollen die Kirche doch hinfliegen, wo sie wollen? Auf mich warten irgendwo anders die neuen Kirche. Ne? Wunscherfüllung. Dem Ziel schon sehr nah sein. Irgendwie stand man sich hier sehr nah, dem Ziel schon sehr nah, aber irgendwie doch so fern mit dem Gehängten hier. war das eine Situation, die wirklich... Man hatte hier auch nicht mehr den Überblick gehabt. Der Münzkönig ist eigentlich einer, der hat hier den Überblick, aber im Hinblick auf dich und eure Verbindung gar nicht. Er hatte überhaupt nicht verstanden, warum du dich hier nicht gemeldet hast, ne? Und stand dann hier irgendwie Kopf. Oder er musste kopfgestellt werden, damit er mal hier wach wird. Ja? Damit er erst mal versteht, dass er hier auch mal in die Gänge kommen kann, um sich zu melden. Also es ist hier irgendwie... Ja, mach mit der Aussage jetzt das, was du möchtest, wenn du damit resonierst. Ihm steht hier irgendwie eine gute Freundin zur Seite oder ein guter Freund. Und dieser Freund ist irgendwie so in einer antreibenden Energie. Das kann hier jetzt damit ausschlaggebend sein, ja? Dass er hier einen Kumpel hatte oder sie eine Freundin, was auch immer. Männer, ihr Münsters bitte einmal auf euch selber um. Dieser gute Kumpel, dieser gute Freund, der hat ihm hier irgendwie wachgerüttelt, ja? Der hat ihm hier irgendwie Feuer unterm Arsch gemacht und... Oder wird es noch tun? Ich weiß es nicht, um hier irgendwie jetzt mit dem Ass das Schwert her, das Schwert in die Hand zu nehmen, um hier jetzt endlich mal klar Schiff zu machen, um hier Klarheit und Wahrheit in eure Verbindung reinzubringen, ja? Hier jetzt in die Gänge zu kommen und auch die Chance zu nutzen, ähm, diese, diese... Also ich weiß nicht, was es ist. Es kann wirklich sein, dass es hier nochmal eine neue Chance geben wird. Das muss jetzt aber nicht von dir oder von ihm ausgehen, sondern wirklich von außen stehen. In dieser Kumpel, der meint es gut. Das ist hier kein böser Hampelmann, sag ich jetzt mal. Ähm, der meint es hier wirklich gut mit ihm. Und er wird ihn antreiben, hier jetzt endlich mal in die Bewegung zu gehen, in die, in die Gänge zu kommen, weil mit den Zweiter stehen, weil er sich hier noch sehr unsicher, ja, hm, ich weiß nicht und eigentlich eher so einer sehr neutral eingestellt, ne? Irgendwie so, ja, wenn nichts passiert, ja, dann ist es auch nicht so schlimm. Wenn was passiert, ja, dann ist es halt auch okay. So weißt du, irgendwie so keine richtige, direkte Interaktion in deine Richtung gehabt zu haben. Aber hier muss ein gewisser Elan jetzt endlich mal rein, weil sonst würde hier gar nicht, nichts passieren. Und hier kommt ein Kumpel, hier kommt ein echt, ein guter, verdammt guter Bro, ein guter Homie aus der Hood, hier reingeschneit und möbelt hier jetzt mal so richtig bei ihm auf, ja, packt die Fakten auf den Tisch, öffnet ihm die Augen sozusagen und sagt, hey, Mensch, Alter, mach doch mal deine Augen auf. Mach doch mal deine Augen auf. Guck mal, was du mit ihr hier hättest haben können. Die Zehnerkelche, guck's dir an. Friede, Freude, Eierkuchen, zwei wunderschöne, gesunde Kinder, die hier unten am Ende des Regenbogens miteinander spielen. Ihr beide seid da. Arm in Arm, guckt eure Kinder an. Sowas in der Art wird er hier deinem Gegenüber mitteilen. So, dann wird er aufwachen. Er wird irgendwie aufwachen, weil er dann auch hier wieder irgendwie Klarheit reinbekommt. das, was er zuvor nicht gesehen hat, wird durch einen guten Kumpel hier nochmal extra angesprochen, in Gang gebracht, in Wallung sozusagen, damit er jetzt hier wirklich mal ja in die Gänge kommt, ne? Weißt du was, das ist, ja, pass mal auf. Ich hatte, er ist da vorne als Kelchkönig erschienen, ne? Und dass er jetzt gerade irgendwie so seine eigene Spiritualität entdeckt und irgendwie seinen Geist freimacht, um die Anbindung, um die Anbindung nach oben hin aufzubauen und er fragt ja da irgendwie, ne? Er braucht hier irgendwie noch Antworten. So, und diese Antworten wird ihm hier seinem Kumpel liefern irgendwie. Sein Kumpel wird ihm hier irgendwie die Augen öffnen und dadurch, dass ihm sein Kumpel die Augen öffnet, wird er die, wird er die Antworten auf seine Fragen bekommen, die er sich schon im Inneren sehr, sehr tief und doll gestellt hat und wird hier auf einmal so voll die Erleuchtung bekommen, aber so richtig. Hier wird er so eine krasse Erleuchtung kriegen und mit dem Sechster Schwert, da wird er sich dann hier auch aufmachen. Also das ist so Aufbruchstimmung, aber das ist eine positive Aufbruchstimmung, die ich hier habe. Wird er hier jetzt in die Gänge kommen, weil sein Kumpel ihm hier irgendwie die Augen öffnen wird? Der kriegt hier echt eine mega Erleuchtung. Und dann kommt es ja auch wieder eine Versöhnung zwischen euch beiden. Ja. Ach, der und sein scheiß Ego, ne? Ehrlich. Ja, Ego steht hier noch im Weg, ja? Das Ego ist bei ihm wirklich sehr, sehr stark ausgeprägt, ne? Es ist auch wieder so diese Gradlinigkeit, diese Grenze, die man hat. Herz und Bauch sagen ja, aber Ego sagt nein, also der Verstand sagt nein. Und sein Verstand ist sehr, also sein Ego ist sehr, sehr stark ausgeprägt und hält den hier auch klein, ja? Sein Ego bestimmt sein Leben. Ich sehe hier aber auch, dass er, äh, dass er daran arbeitet, das Ego hier runter zu schrauben, damit er jetzt hier wirklich mal in die Gefühle eintauchen kann, die da sind, damit er hier etwas Neues beginnen kann, damit er etwas Neues starten kann, bestenfalls natürlich in deine Richtung, er weiß aber nicht wie, ist irgendwie heillos überfordert. Guck mal, hier ist schon der Rammelrambo wieder erschienen, das ist hier sein Bro, der ist auch irgendwie, der ist auch irgendwie hier, äh, aber auch hier wieder, ne? Sein Rammelrambo, der ist auch an seiner Seite und er wird ihm hier auch irgendwie versuchen, den Weg zu zeigen, ähm, damit er weiß, wohin er gehen kann, also ich weiß nicht, das ist hier so ein guter Ratgeber, den er hier hat und, ähm, dein, dein Gegenüber ist hier sehr verunsichert, steht irgendwie auf wackeligen Beinen, aber dann kommt hier der Stabkönig um die Ecke und wird ihm hier irgendwie versuchen wieder zu helfen, damit er ins Gleichgewicht finden kann, damit er mit beiden Beinen auf dem Boden steht, ne? Und damit er aus dieser Energie endlich hier mal rausgehen kann, hier aus diesem Mangel raus. Der ist ja komplett im Mangel, der ist ja nicht erfüllt, ne? Weil er hier irgendwie eine falsche Lebensweise hatte, eine Denkweise, Verhaltensweise gegenüber Frauen, oh, warte mal kurz, ich muss das Licht anmachen, ja, weil er hier einfach eine falsche Denkweise hatte und, ähm, sein, sein guter Bro, der wird ihn hier mal so ein bisschen auf den Weg führen, sozusagen, damit er jetzt hier endlich mal klarkommt irgendwie, ne? Das ist wirklich jemand, der stellt hier jetzt sein Leben um. Der stellt sein Leben um. Ja, guck dir das an, da haben wir ihn schon, ne? Der Teufelchen. Alter Schwede, oh, hier hat's geknallt, hier hat's gescheppert, Eieiei. Oh, oh, oh. Guck mal hier, Alter, guck dir das an. Die Gerechtigkeit der Teufel und der Turm. So, meine Fresse. Hier hat's bei deinem Gegenüber halt so richtig geknallt, hier hat's gescheppert, hier musste jemand mal so richtig auf die Schnauze fliegen, weil sonst hätte man hier irgendwas nicht verstanden. Sonst hätte man irgendwas nicht gesehen, nicht erkannt, ja? Ja, das ist hier so ein Ding, man muss an jem hier erinnern, weil sonst kommt man nicht voran. Dein Gegenüber war hier die ganze Zeit nur im Mangel aufgrund des Egos, weil ihm das Ego ständig immer und immer wieder irgendwas eingeredet hat, das nicht richtig war. Er hat hier nie auf sein Herz gehört, er hat nie auf sein Gefühl gehört. Und dadurch war er ja irgendwie in seinem eigenen Mangel gefangen. Er hat ja immer die Bestätigung im Außen gesucht. Er hat die zwar auch bekommen, aber diese Bestätigung, die ist immer weggegangen, weil er immer mehr und mehr nach Bestätigung suchen musste. Weißt du, wie ich das meine? Er hat aber nie darüber nachgedacht, dass er die Bestätigung im Außen gar nicht braucht, sondern dass das von ihm auch alleine kommen kann. Und dass das hier wirklich das, was in einem ist, das, was in einem blüht, dass man dafür selbstverantwortlich ist und dass das ja auch wirklich Beständigkeit hat. Nicht das, was man im Außen sucht, das ist nicht beständig, weil du musst nach immer mehr und mehr Aufmerksamkeit suchen, nach mehr Bestätigung, nach mehr so ein tolles Gefühl haben von, ach, ich könnte hier jetzt abheben, weißt du, ich bin ja so toll, ich bin ja echt was. Nein, das ist Quatsch. Dadurch war er hier komplett gefangen. Ich habe hier auch ein negatives Karma, dass hier jemanden eingefahren, eingeholt hat. Und hier ist jemand wirklich innerlich gebrochen. Ja, hier ist wirklich jemand gebrochen. Und das musste aber sein, weil sonst hätte man hier wirklich gar nicht mehr so ein Gleichgewicht finden können. Der war hier komplett im Ungleichgewicht. Heute, so morgen, so morgen, da, morgen hier, übermorgen hot. Und dann wieder, ach, was weiß ich. Das ist hier so ein Heckmeck, so ein Hin und Her. Ich sehe ja hier selber gar nicht durch. Aber irgendwie werde ich hier glücklicherweise durch meinen Geistführer gelenkt und geführt. Gut, naja, jedenfalls musste das hier einmal komplett geschehen. Also ich weiß nicht, was hier mit deinem Gegenüber passiert ist. Der hat sich ja hier irgendwie selber verarscht oder sich verarschen lassen. Und das ist jetzt irgendwie aufgeploppt, rausgekommen. Das kann hier jetzt wirklich entweder durch ein Kumpel sein, der ihm das gesagt hat, oder eben aber, er war noch vergeben. Und diese Dame, an die er vergeben war, hatte selber noch jemanden nebenher laufen gehabt. Und der hat sich dann da eingemischt und Tacheles gesprochen. Und aufgrund dessen ist er dann hier auf die Schnauze gefallen. Ich weiß es nicht, das ist aber gut, durchaus möglich. Jedenfalls ist das hier oben passiert. Und hier unten haben wir die Sonne, die Zehnerschwerter und die Königin der Kelche. So, du als König, 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 Königin. Oh Gott, ich komme auf Wörter, ey, das ist ja echt, meine Güte. Oh, ich bin total aufgeregt hier. Hier ist jemand sehr aufgeregt, sehr hibbelig. So, nichtsdestotrotz, je nachdem, was hier mit deinem Gegenüber passiert ist. Ja, hier hat es geknallt, es hat gescheppert, dieser Mann ist gebrochen. Und ist jetzt dabei, das musste aber passieren, ist jetzt dabei, hier alles komplett einmal umzukrempeln. Nein, er kommt jetzt in die weibliche, nee, das bist du nicht, ja. Das ist dein Gegenüber, der jetzt in diese weibliche Energie kommt. Er muss aber auch in diese weibliche Energie gehen, weil er vorher ja im männlichen Prinzip war. Und das männliche Prinzip ist ja wirklich hier so das Ego, dieses passive, ich mache nichts, nö, alles muss mir hinterherlaufen. Nein, jetzt muss er mal in diese Energie der Königin der Kelche kommen, um zu verstehen, dass dem eben nicht so ist. Ja, dass man hier selber auch mal was geben kann, was rausgeben kann, um, ja, etwas im Gleichgewicht zu halten, ja. Das kann ja nicht sein, dass hier einer immer nur gibt und der andere nur nimmt. Ja, guck mal hier, der hat Liebeskummer. Hier ist jemand, der hat Liebeskummer. Dem geht es hier nicht gut. Ach du Scheiße, was mache ich hier jetzt, ne, was kann ich tun, was kann ich machen, um hier wieder auf dich zuzugehen, um auf dich zuzukommen. Hier hat jemand Angst, dass du schon wieder weg bist. Jemand sieht dich hier im Modus, ähm, dass man dich hier irgendwie, ne, ja, man hat Liebeskummer, man, 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 man wirkt hier Möglichkeiten ab. Scheiße, wie kann ich diese Situation hier mit dir jetzt noch retten? Ja, was kann ich tun? Man war länger, man war ganz, ganz lange diese Energie der vierer Schwerter. Deswegen diese Ruhepause, diese Ruhephase, man musste sich erholen von diesem Turmmoment, der hier passiert ist, ne. Und nun ist es so, dein Gegenüber kommt hier jetzt raus, hat sich verändert, wird sich noch verändern, kommt in die weibliche Energie rein und wird hier irgendwie versuchen, wieder etwas in die waagerechte Position zu bringen mit dir. Du musst nichts machen, er kommt auf dich zu. Er hat aber Angst, dass du schon wieder weg bist. Und beziehungsweise hat er Angst, hier irgendwie angetriggert zu werden, durch irgendetwas, wahrscheinlich durch Gefühle und Emotionen, die, ähm, aufploppen könnten. Das ist aber normal. Das ist normal, ne. Könnte er angetriggert werden, ähm, will er aber nicht. Das, das will er hier gar nicht. Er will hier nicht abhauen. Er will gar nicht abhauen, denn er will bleiben. Er will ja, das ist ja genau das, was er hier ins Gleichgewicht bringen will. Ich zeige dir das mal, ich zeige dir mal, wie ich das sehe. Hier Ritter der Kelche, Zwei der Münzen und Ritter der Stäbe. Diese Energie will er hier versuchen, jetzt ins Gleichgewicht zu bringen. Er will hier nicht mehr abhauen, voll vor Liebe, Gefühle, Emotionen. Ja, vor dieser Herzlichkeit, dieses einfach weibliche Prinzip halt einfach, dass das, dass er gerade dabei ist, davon nicht abzuhauen, das zuzulassen und anzunehmen und dass das gar nicht schlimm ist. Und er will auch in diese Energie auf dich zu gehen. Ja, er will dir hier ein liebevolles Angebot rausgeben. Er will dir eine liebevolle Nachricht machen. Er will hier irgendwie auf sich aufmerksam machen. Irgendwie, ich weiß nicht was. Ritter der Kelche, da macht kleine Angebote. Kleine Impulse, das ist nichts Großes. Aber damit will er hier schon mal den ersten Meilenstein in eurer Verbindung mit einbringen, damit es hier wieder weitergehen kann mit euch beiden. Und er ist auch gewillt, hier ein Gleichgewicht zu halten. Das soll hier gar nicht mehr so wirklich hin und her wankeln. Das soll aufhören. Keine Unsicherheit. Hier soll Stabilität und Beständigkeit rein. Man will Sicherheiten haben. Und er will hier nicht in diesem Modus der Schwertritters sein. Er will hier nicht abhauen. Er will bleiben. Er wird hier die Kommunikation mit dir suchen. Er ist schon auf dem Weg oder er hat sich... Also, pass mal auf. Asterkelche, das ist die Abschlusskarte. Pass mal auf. Er hat sich hier schon eine sehr, sehr lange Zeit den Kopf darüber zerbrochen. Wie geht man hier auf dich zu? Wie kann man auf dich zu gehen? Wie kann man das hier am besten machen, um erst mal hier wirklich liebevoll auf dich zuzugehen, damit du nicht abhaust? Hier will jemand nicht, dass du abhaust. Hier ist auch jemand in einer sehr beschwingten Energie. Hier möchte auch jemand in dieser beschwingten Energie sein. Hier hat auch jemand echt lange gebraucht, um auf dich zuzugehen, aber nichtsdestotrotz wird diese Chance genutzt werden durch dein Gegenüber, denn er will es. Er will es. Es hat ihm ja selber hier schon irgendwie nicht mal gut getan, beziehungsweise krank gemacht, weil man hier so viel Zeit hat verstreichen lassen. Unnötige Zeit, die man hier hat verstreichen lassen, die man schon längst hätte anders einsetzen können, um hier irgendwie irgendwas in die Gänge zu bringen. Na ja, gut, sagt er sich, ist jetzt auch egal, ist passiert, was soll man jetzt machen? Deswegen möchte man jetzt hier umso besser oder umso mehr positive Energie in eure Verbindung reinstecken, damit das wachsen kann, damit das gedeihen kann, damit das Früchte tragen kann. Aster Kelche, das ist ja so die Karte für die wahrhaftige Liebe, das große Glück. Es ist hier jetzt aber so, weil das die letzte Karte ist und diese letzte Karte bildet ja so den Abschluss und den Anfang für etwas Neues. Und dass man hier mit dem Aster Kelche jetzt diesen Abschluss finden möchte, hier gefühlvoll und wirklich, ich kann es dir nicht anders sagen, das ist hier wirklich so eine Angelegenheit. Und man ist hier aus diesem alten Trott raus, von diesem Ritterdasein raus, ist hier zum König jetzt mutiert bzw. transformiert. Man ist hier einfach erwachsen geworden und man nimmt diese neue Rolle des Erwachsenen an und möchte sich auch so verhalten wie ein Erwachsener, weißt du. Und deswegen möchte man hier mit dem Aster Kelche auch eure Verbindung so aufbauen, damit das hier auch möglichst für die Zukunft Früchte tragen kann, weißt du. Und das soll hier ja gar nicht mehr anders sein, das möchte er auch gar nicht. Er möchte hier wirklich Beständigkeit reinbringen und am besten auch mit dir. Da ist jetzt natürlich die Frage, ob du das selber auch noch möchtest, ob du selber noch Interesse daran hast. Und ja, da musst du halt mal gucken, ob du selbst hier noch Potenzial siehst. Ich weiß ja nicht, wie lange du hier jetzt schon auf jemanden wartest, aber hier wird jemand auf jeden Fall sich bei dir melden wollen. Und das kannst du auch wirklich annehmen, ja. Also das kannst du auch wirklich, da musst du auch nicht zweifeln. Der hat sich wirklich verändert, der meint es ernst. Keine Spielchen, kein Hin und Her, kein On und Off, Beständigkeit und Sicherheit will er haben. Und vor allem jemand, der hier wirklich Gefühle zugelassen hat. Es war wohl jemand gewesen, der mit Gefühlen gespielt hat. Nun hat sich das Blatt aber tatsächlich gedreht und hier ist jetzt jemand so weit, dass man sagen kann, ja gut, okay. Ich lasse mich hier jetzt von den Gefühlen leiten. Und das, was man dir hier entgegenbringen möchte, ist wirklich auf bodenständiger Basis nichts Halbes, überhaupt gar nichts Halbes. Und hier hat jemand wirklich sein Leben um 180 Grad gedreht, verändert, verbessert. Jemand ist nicht mehr so, wie er einst war. Jemand ist hier wirklich erwachsen geworden und möchte dir das auch wirklich zeigen und möchte es dir beweisen. Wahnsinn, nun gut. Ja, schau mal, was du damit machst. So, welche Sternzeichen dürfen denn angesprochen werden? Oh, du gingst ja schnell. Skorpion. Oha. Der Skorpion. Gut. Was haben wir hier noch? Der Stier. Fische. Löwe. Löwe. Krebs. Wassermann. So. Und am Kartendeck haben wir noch die Waage. So. Entweder bist du eines dieser Sternzeichen oder dein Gegenüber. Oder ihr habt das irgendwo in eurer Chart verteilt. So. Ja, dann vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, die Legung war dir die nicht und du konntest damit etwas anfangen. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und sage Tschüss, danke und bis bald. Tschüss. Vielen Dank.